Jetzt müssen Sie sich zu Hause halten, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, weil jetzt Facts. Wir präsentieren Ihnen die besten Walk'n'Roll. Und zwar von einer Gruppe, die im letzten Jahr den Schweizer Showtalentwettbewerb gewonnen hat. Und das nicht zuletzt wegen dem, weil die Klavier dieser Weg traktiert haben. Ihr Name ist dann auch entsprechend. Sie heissen nämlich Hemp Goes Wild. Und heute sind Sie da bei uns mit I Am A Boogie Woogie Rock'n'Roll Man. I Am A Boogie Woogie Woogie Rock'n'Roll Man Ja! 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.